Vorerst können wir die Tiefen des dunklen Waldes hinter uns lassen, bedeutet aber nicht, dass wir nicht eventuell noch in einem späteren Moment im Spiel zurückkehren. Und leider müssen wir das auch, denn im Wald gibt es leider noch ein kleines Portal zu erledigen. Und das ist natürlich auch nicht ohne. Aber fürs Erste werden wir uns mal hier in der Oberworld weiter bewegen. Da gibt es auch noch viele, viele Sachen zu erledigen. Unter anderem fängt es an mit einer schönen, legendären Mission. Ich habe wirklich keine Lust darauf. Auf Helfer-Trophäen-Gegner, alle Items, Typ Schuss. Ja, super. Das wollte ich natürlich. Wie machen wir das jetzt wieder? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich meine, ich könnte irgendwie auf Helfer-Trophäen-Schreck setzen, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob mir das mehr hilft, als wenn ich nicht auf die Notfallheilung eventuell gehe. Was ist denn das überhaupt für einer? Ach, das ist der, der was, stimmt, das ist der, der was die Lenkraketen abfeuert. Und die machen natürlich, lol, der kriegt Unterstützung. Okay, gut, das wird echt nicht einfach. Und weil es eine legendäre Mission ist, sind die wahrscheinlich auch auf ziemlich schöner, starker Schwierigkeitsstufe eingestellt. Hui, das wird eine knappe Sache. Leider habe ich nach wie vor noch immer nicht Quatschutzu zur Verfügung, das ist ein Problem. Ich hoffe halt mal, das ist das einzige Mal jetzt gewesen, wo mich der belästigt. Ne, er kommt nochmal. Gut, aber die haben mich nicht getroffen. Alles klar, alles noch ruhig. Ich muss wenigstens einen von denen mal wegkriegen. Wartet. Ja. Ich habe ihn richtig erwischt. So, aber jetzt ist es erledigt. Gut, zweiter auch Down. Fehlt nur mal der und den habe ich auch. Äh, perfekter Block. Ja, nein, der bleibt hängen. Komm, jawohl. First Try mit der legendären Mission. Gut, was macht der Ultra-Bremser? Ach, so, dass sich der Ding da verlangsamt, die Aufleitung von dem Ultra-Smash, alles klar. Also, natürlich für den Gegner. Für mich selbst wäre ein bisschen blöd, weil das wäre dann kein richtiger Helfergeist, das wäre eher so ein Schadensgeist. Nice. Einen, einen, einen Ding werden wir heute auf jeden Fall befreien, das kann ich sagen. Ihr habt ja gesehen, es liegt einer auf dem Weg, der da links, der geht leider noch nicht. Da müssen wir vorher noch in dieses, in dieses verdammte Portal rein, was eben im dunklen Wald liegt. Dann können wir den auch freischalten, aber das dauert noch. Denkt man sich natürlich, hm, warum bin ich nicht so klug und mache vorher lieber das Portal, weil dann kann ich da gleich rein. Ja, ich habe einfach gerade keinen Bock auf das Portal, ich weiß nämlich, was da drin vorkommt. Und das ist alles andere als nett. Also lasse ich mir da lieber Zeit. Vor allem, wir können uns ja alle Zeit der Welt lassen, wir haben gesagt, von der halben Stunde, also wo normalerweise eine Folge bei mir dauert, sehen wir ab, wir werden wir bei 25 Minuten so bleiben. Heißt, wir dürfen uns auch keine Zeit irgendwie her schenken. Also die legendäre Mission, die hat mich ja schon so richtig angelächelt, dass uns das wieder sehr viel Zeit kosten wird. Glücklicherweise war es dann nicht so. Boah, ich habe in Pikachu auch schon eine halbe Ewigkeit immer gespielt. Die letzte Folge ist ja auch schon wieder zwei Wochen her, glaube ich. Wenn nicht, dann gefühlt zwei Wochen. Und wenn ich Smash gespielt habe, dann spiele ich halt immer fast nur mit Quatschuzo. Kommt vollkommen drauf an. So, die Mission ist ein bisschen lästiger, einfach nur die ganzen Mini-Typen killen. So, zwei sind noch da, bam. Was? LOL! Ach, drei sind doch da. Haben wir es jetzt. Ne, da ist noch einer. Aber für dich war es auch. Ja, geil, jetzt hätte ich das Ding zur Verfügung. Hätte ich jetzt eh nicht unbedingt gebraucht. Ich finde es auch urscheiße, dass man irgendwie diese Verstärker nicht anwenden kann. Also es gibt tatsächlich Verstärker im Spiel, die kann ich halt nur an der Geistertafel verwenden. Die würden mir halt bringen, dass eventuell mal der Ultra-Smash verzögert wird oder der Gegner bekommt 50% Schaden direkt für den Anfang, je nachdem. Sollten mehrere Gegner sein, dann ist es aufgeteilt. Schade. Wäre halt richtig geil, wenn man das da hier verwenden könnte. Ich meine, die Dinger kosten eh viel, also... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, so ein Teil kann bis zu 1000 Gold kosten. Eines davon. Und ich habe mich... Ich kurz mal so, was ich offscreen ein bisschen gezockt habe. Ich bin bei so einem Geist hängen geblieben. Da habe ich, glaube ich, 15... Von so einem 50% Schaden Sting verwendet. Weil ich immer nur gefällt habe. Und das wären dann halt, glaube ich, 15.000 Gold oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie gar nichts bringt. Also dass es nur Goldverschwendung ist, aber... Sie sind auf jeden Fall ziemlich nützlich. Und die Typen nerven mich gerade richtig. Die sind nur zum Abfacken da. Ey, alter, pennt doch nicht immer ein. Ich komme nicht mal weg von da. Aber die haben eh schon viel Schaden, komm. Warum hat man Pommelluft so eine Drecksattacke überhaupt gegeben? So habe ich jetzt endlich mal einen. So, einen, genau jetzt nochmal. Das blockt er ab, alles klar. Jetzt aber nicht. Und dich haben auch. So was kostet unnormal viel Zeit. So was können wir uns eigentlich schenken, normalerweise. Aber wenn man sieht, dass man halt vielleicht 60, 70 Gold oder so bekommt. Vielleicht maximal mal 100. Pro geschaffter Mission. Und so ein Teil kostet halt 1000. So ein Bluminator, glaube ich, heißen die Dinger. Das ist halt schon eine ziemlich krasse Investition. Ich meine, ich habe zum Glück genug Gold beisammen. Ich glaube, ich habe derzeit irgendwas... Also ich hatte 100.000. Jetzt habe ich, glaube ich, nochmal 20.000 oder so. Ich habe ein paar primäre Geister eingekauft. Vom Typ Legende. Ich möchte mein Deck auch irgendwann mal voll bekommen. Davon bin ich halt noch weit entfernt, aber egal. Wird mir noch gelingen. Gut. Easy geschafft. War auch nicht ein sonderlich starker Geist. Ne, ein Juniorgeist. Ist natürlich logisch. Ich bin noch schon die ganze Zeit überlegen. War hier irgendwo ein Dojo-Ding? Ich glaube schon. Ja, da unten ist eins. Wartet, ich kicke mich hin. Oh man, das ist wieder verschlossen. Und dafür brauche ich das Ding im Wald. Dass man da halt durchkommt. Ansonsten scheißt du in der Stadt so richtig lange umher. Derzeit sind die Kämpfe auch ein bisschen langweilig. Latios und Latios. Latias und Latios. Oh ne. Wahrscheinlich setzt er die auch ein. Natürlich setzt er die ein. Ja. Das ist das, was so rumher fliegt. Eins der lästigsten Pokémon überhaupt in Smash. Aber sehr wirkungsvoll. Okay, ne. Das lästigste Pokémon ist Helios. Also was dieses Schwert hat. Weil das kannst du nicht ausweichen. Das geht nicht. Ich hab das jetzt schon so oft probiert, aber es funkt einfach nicht. Bevor das der hier, glaube ich, im Story-Modus gar nicht als Aufgabe so groß vorkommt. Also kann schon sein, aber fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Komm, mach keine Faxen. Du bist eh schon down. 130% Schaden. Das gibt... Genau. Jetzt hab ich dich. Alter, wie viel hält der aus? Ist ein schwerer Charakter. Schön und gut. Aber trotzdem keine Ausrede. Boah. Ich will ja eigentlich nicht schnell, aber die Stadt ist halt schon ziemlich lästig. Ich glaube auch nicht, dass wir das heute innerhalb einer Folge schaffen werden. Also es sind ja wirklich 20 Geister, glaube ich. Oder so. Wenn man bedenkt, ich brauche vielleicht zwei Minuten für so eine Aufgabe. Manchmal weniger, manchmal mehr. Dann wird das schon ziemlich knapp. Turbo-Lauf. Oh, nee. Ist ja auch lästig. Das heißt, ich muss den jetzt irgendwie komplett wegdamagen. Komm her. Mach keine Faxen. Ey, der springt doch nur umher. Ich muss die richtige Phase abwarten, dass er keine Turbo-Phase ist. Ey, ich treffe auch gar nichts. Scheiß Inkling, ganz ehrlich. Alter, der regt mich auf gerade. Kommst du jetzt her? Spring doch nicht nur umher. Das gibt's ja nicht. Du hast eh keine Chance. Was soll die Dinge also? Ist der auf Ausweichen eingestellt? Kann das sein? Achso, da fliegt Essen. Der ist so eingestellt, dass das Essen jagt. Mehr ist er nicht, oder? Ich würde mich nur wiederholen, aber der regt mich. Verreckendlich, bitte. So, jetzt aber. Achso, das ist seiner. Okay, gut. Dann macht's das Pokémon für mich. Wenn er schon nicht auf meine Hand will, dann eben durch die der Stage. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen vermehrt worden, also dass die Stages halt eher abfackend sind, solange sie nicht irgendwie im Battlefield-Modus sind. Gut, okay, dann nehme ich jetzt mal den hier. Ja, das ist natürlich auch jetzt schon der Beweis, dass ich einmal den Story-Modus komplett durchbezwungen habe, geschafft habe, je nachdem. Und leider dadurch auch weiß, wie lang das ganze Teil ist. Und ganz ehrlich, ich bin nach wie vor noch immer am überlegen, ob ich das wirklich durchziehe. Oder ob ich nicht einfach bei Kira einfach beende. Dabei haben wir noch Zeit, bis wir bei Kira sind, also es werden sicher noch 10 Folgen sein oder so. So, ich glaube, hier ist nichts mehr, ne. Heißt, wir haben den oberen Teil schon fast fertig. Im Kampferlauf. Stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen für alle. Jawohl. Alles klar, 70% Schaden innerhalb von einem Hit. Das ist ein Junior-Geist, oder? Ja, muss ein Junior-Geist sein, ganz ehrlich. Sonst gibt's das nicht. Ne, Profi sogar. Boah, alter, wie stark der dann ist. Ja, okay, ist auch das. Der hat, glaube ich, ohne Level 5300 Power. Off-gelevelt jetzt halt 12.000 und so. Leider kann man mit dem keine irgendwelche 13.600 hat er. Leider kann man damit nicht mal irgendwie Sub-Geister verwenden. Das ist halt das Problem. Dafür macht er halt viel Damage. Liegt halt auch wieder drauf an. Also bei legendären Geistern verwende ich den eher ungern, weil da brauchst du halt schon den Sub-Geister ein bisschen. So, und der hat einen metallischen Freund. Der weiß ja, der was einfach kaum wegfliegt. What? Ich weiß schon, was Sache ist. Ich muss nur, ja, ich muss nur Dr. Mario besiegen. Gibt's ja sonst nicht, Alter, was der für eine Rüstung hat. Ich fliege bei 999% nicht weg. Ne, hab kein Bock darauf. Wer aber ein Experiment wird. Also ob er bei 999% auch noch da bleibt. Habe ich da schon erwähnt, dass mich die Stadt irgendwie an Illumina City aus Pokémon erinnert? Ich glaube, das ist sogar Illumina City. Also, da ist der Kreis. Und da ist der Turm. Also ich glaube schon, dass das Illumina City ist. Ja. Könnt gut hinkommen. So, und jetzt kämpfen wir uns mal den Weg da runter frei. Also der Turm, der weiß das irgendwie darauf an, dass das vielleicht Illumina City ist. So. Ich habe gelesen, Spiegelbild. Das heißt, Spiegelsteuerung. Bevor das eintrifft, lieber mal ganz schnell den Typen entsorgen. Oh ne, das wird sich nicht ausgehen. Jetzt ist es soweit, okay. Glück gehabt. Kopfstand geht sogar noch halbwegs. Am meisten hasse ich ja nach wie vor diese Mission, da wo irgendwie Feuer am Boden, Elektrizität am Boden, Schlafboden, je nachdem. Wo der Boden ein bisschen abfuckend ist. Und ich glaube, hier ist Helfer-Trophäen-Gegner. Ne, ich bleib noch bei das. Derzeit sehe ich auch, wir haben gerade erst mal so 12 Minuten circa. Könnt ihr was? Kann ich überhaupt rechnen? 14 Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Warum muss es Bomberman sein? Warte. Das Teil ist noch anwendbar. Also es ist alles... Schnell hoch. Boah, der Bomberman nervt. Den muss ich erst mal weg. Weg damit. Der taucht halt wieder auf, ich weiß. Jetzt ist er's. So, Fake Smash Ball. Oh je. Okay, gut. Er hatte genug Schaden. Manchmal verwende ich diese Smash Ball wirklich so, dass man halt... damit auch dementsprechend seinen Gegenspieler ein bisschen zusetzen kann. Vor allem hier ist es ganz nützlich. Ich hab schon oft Kills mit so einem Fake Smash Ball gemacht. So, und das müsste jetzt ein Aktivitätsgeistern sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er einfach nur in eine Sackgasse führt. Das gibt's nicht. Sackgassen vielleicht manchmal, aber safe nicht hier in so einer Stadt. Da muss irgendein Aktivitätsgeist sein. Aber vorher müssen wir uns erst mal den Weg freikämpfen. Okay, gut. Nicht sonderlich schwer bei dem. Ja, ist ein Aktivitätsgeist. Duck Lewis aus... Keine Ahnung welchem Spiel. Ich vermute mal Punch-Out. So, was hast du drauf? Du kannst nur in den Aktivitäten Duck Lounge besuchen. War das? Richtig, das war dieses Training-Studio, wo man Geister reingeben konnte, damit die Level sammeln. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Ich meine, ich hab da gestern schon welche reingegeben. Und da müssten viele wahrscheinlich sogar schon... Oh mein Gott. 94, 87, 87... Ja, das ist halt, dass man sich die Dinger... dass man sich halt die Dinger sparen kann, die... die... wie heißt's denn? Die... die... die Essenszeile da. So, wenn... setzt man den rein. Ja, komm euch. Die anderen lasse ich noch drin. Ich meine, irgendwann... bist du eh fast... musst du eigentlich schon Essenszeile einsetzen, aber... Ich weiß halt nicht, wie lange das ganze Teil da dauert. Wenn ich die gestern... Vormittag, glaube ich, reingesetzt habe und jetzt sind die bei 94, dann dauert das ja fast zwei Tage, bis die halt vollständig sind. Oh nee. Kein Bock auf die Helfer-Trophäe. So, haben wir aber trotzdem. Tsubasa Oribe. Tsubasa Oribe. So, wo haben wir denn da? Da hinten ist, äh, der Kämpfer. Wer ist denn in der Stadt noch mal? Ich weiß es nicht. Bisher ist es halt noch ganz easy. Natürlich auch wegen meiner... wegen meiner Geister, die ich da einsetze, aber... Ich glaube, viele Leute haben das auch generell gemacht. Die haben sich einfach irgendwie von jedem Geist, wenn er ein Ass war, ein Ding geholt und dann einfach nur mal mit dem gezockt, damit man halt beim Story-Modus schnellstmöglich durchkommt. Also manche waren da so, so fies. Was heißt fies? Es ist halt, es ist halt die einzig wirklich gute taktische Lösung. Weil was bringt es dir, wenn du mit schlechten Geistern vielleicht fünf Geister in der Folge machst, aber du hast 600 Gesamt zu erfüllen. Da wird das Projekt bis in alle Ewigkeiten fortgehen. Das wären dann, lass mich nachrechnen. Ja, das wären dann 120 Folgen. Das wäre mehr, als was ich derzeit bei mir im Mario Kart hätte, als Projekt. Und das verspricht dann natürlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Und vor allem jemand wie ich, der im Normalfall eine Folge am Tag macht, manchmal zwei, obwohl das zweite ja irgendein Zusatzding ist, da ist das dann schon nicht empfehlenswert, weil dann sitzt ein Jahr an dem ganzen Teil dran. Also ich rede jetzt hier mal aus eigener Erfahrung. Ne, 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 ich überlege jetzt noch gerade. Wer könnte da drin stecken, ne? Hm. Wenn es von dem Käpt'n hier gerade beschützt wird... Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es der Bewohner... Ne, der Bewohner kann es nicht sein, den haben wir direkt am Anfang gehabt. Melinda haben wir, glaube ich, auch schon. Oder? Ne, warte, Melinda haben wir noch nicht. Vielleicht ist es Melinda. Lasst es uns herausfinden. Und es ist... Der Inkling. Bitte fuck mich jetzt nicht genauso ab, wie der davorhin, der mit... Der, was mich da ein bisschen aufgehalten hat. Aber er ist nicht so eingestellt, hundertprozentig nicht. Das können die nicht bringen. So, jetzt hat man die Morinentürme als... Als so eine... So eine Ding... So eine leere Stage, alles klar. Sieht sogar ganz geil aus. Finde ich bis heute auch cool, dass man das gemacht hat. Jede Map in einer Battle-Version und in einer Flach-Version. Ne, dem... Hallo? Äh... Ne! Ne, nicht dein Ernst, oder? Es liegt nicht am Controller. Es liegt tatsächlich an... ...dem Spiel selbst. Es reagiert nicht. Warum? Gar nicht. Ist jetzt wirklich die Konsole abgeschmiert? Verarsch mich nicht. Es... Es leuchtet doch da noch. Als ob. Als ob. Ne, es sieht tatsächlich so aus, als ob die Konsole abgeschmiert ist. Ey, nicht dein Ernst. Das ist halt schon bitter. Naja gut, äh, ich würde sagen, aufgrund der vier oder drei Minuten, die wir da haben, weil sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt, würde ich sagen, wir beenden die Folge. Ist halt jetzt ein bisschen scheiße gelaufen. Ich hoffe, das Ding speichert sich. Wenn nicht, muss ich jetzt... Muss ich nochmal genau nachgucken, wo ich war... Wo ich was gemacht habe. Sowas hasse ich. Das hatten wir erst in Smash Bros. vor drei, vier Folgen. Ne, ein bisschen länger, aber... Komplett unnötig. Wirklich. Nun gut, Leute. Dann zwangsweise beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.